So, hallihello Leute und willkommen zurück bei Let's Play Nier Gestalt. So, wir haben unsere Tochter verloren. Wir wissen nicht, wo sie hin ist. Wir wissen nicht, wo sie ist. Keine Ahnung. So, aber ich weiß nur eins. Wir müssen zur Popula. Vielleicht weiß sie ja mehr. Wo vielleicht unsere Tochter geblieben ist und... Oh, Gemüse. Weck ihr. So, ist hier was? Oh, jawohl. Dann nehmen wir noch schnell mit, bevor wir wieder in die Bibliothek gehen. Zur Popula. So. Das Material ist aufgenommen und weiter geht's. Sieht nicht so aus, als wäre sie hier. Ich frage lieber mal Popula. Ja, fragen wir doch mal Popula. Die weiß alles. Sie weiß wirklich alles. Warum alles so geschieht und so? Keine Ahnung. Sie weiß einfach alles. Sie ist Gott. Hey Popula, war Jona wieder hier? Hm, nein. Hab sie nicht gesehen. Das ist seltsam. Zu Hause ist sie auch nicht. Wirklich? Ja, ich dachte, sie wäre hierher gekommen, um dich noch weiter zu nerven. Nein, sie war seitdem nicht mehr hier. Sie sollte inzwischen wieder zu Hause sein. Hat sie gesagt, wo sie hinwollte? Nein, sie hat mich nur gefragt, wo sie eine Mondrenne finden könnte. Sie ist so süß. Ich habe ihr erzählt, dass sie in der Nähe des verschollenen Schreins wachsen. Warum zur Hölle ist Jona an Mondrennen interessiert? Hm. Oh, verdammt. Was ist los? Was stimmt nicht? Gestern habe ich ihr eine Geschichte erzählt darüber, wie Mondrenne Wünsche erfüllen können. Und? Sie fragte mich, ob sie sie heilen könnte und ich sagte ja. Und dann, Gott, ich bin so ein Idiot. Du glaubst doch nicht, dass sie losgezogen ist, um eine zu finden, oder? Wenn sie endlich das Ausmaß ihrer Krankheit realisiert hat. Ach, verdammt. Was ist der schnellste Weg zum verschollenen Schrein? Durch das Ost-Tor. Ich werde dort mal nachsehen. Verdammt, Jona. Ich muss nach der osteren Gate gehen. Ja, wir haben herausgefunden, wo sie wohl hin ist. Und ja, es ist nicht gerade allzu schön, das zu erfahren. Aber wir müssen zum Ost-Tor. Und Osten liegt natürlich im Osten. So, dann gehen wir mal schauen. Ich hoffe, da hinten ist noch was. Was geht denn hier? Beeren. Da können wir ja gleich mal Beereis machen. Was ist das? Ja, nimm's doch auf. Jonas Haban der Halden. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich zum verschollenen Schrein ging. Okay, das ist wohl der Weg zum verschollenen Schrein. So, mal schauen, was da passieren wird. Im verschollenen Schrein. Wir machen uns auf den Weg. In ein neues Abenteuer. Werden wir unsere Tochter finden. Wird sie verletzt sein. Werden diese blöden Siegen sieht sie. Aua. Verdammt. Aber. Ich bin da, was solltet. Hör auf. Blöde Ziege. So, was gibt sie uns Siegen? Oder kommt, glaube ich. Oh, der will uns, der will uns. Auf, wir sind nicht lecker. Oh, medizinische Kräuter. Können wir vielleicht gut gebrauchen. Was hier noch? Medizinische Kräuter. So, es gibt zwei Wege hier hinten. Eine führt, ja, in diese Richtung. Das ist aber falsch. Wir müssen nach oben. Immer schön nach oben. Ah, diese Musik. Es ist so wunderschön. Ich hoffe, bei Nier 2 kommt, äh, kommt die gleiche Musik her. Also, nicht die gleiche wie hier im Spiel, aber einfach von dem gleichen Hersteller, keine Ahnung. Komponisten. Hm. Schaut sich einer diesen Bergstolz an. Unmöglich, dass Jona hierher gekommen, äh, hier, ach, hier ran, vorbeigekommen ist. Oh Gott. Vielleicht hat sie einen anderen Weg hineingefunden. Ja, ich hab's ja schon gesehen, dass da drüben eine Leiter ist. So, immer schön die Leiter rauf. Und weiter ins Verderben. Oh, die Musik geht aus. Nein, ich hasse es. Oh. Das sieht aber sehr geil aus. Das erinnert mich an Pandora's Tower. Auf der Wii-Konsole. Aber es ist kein Turm. Es ist ein Schrein. Mit einer Brücke. Oh, das sieht aber geil aus, ne? Was das wohl gewesen ist? War das ein, 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 äh, Staudamm oder sowas? Hm. Wir werden es wohl nie herausfinden. Hallo, schneller. Unsere Tochter wartet nicht gerne. Und, was haben wir hier? Uh, noch mehr Medizin schon heute. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite dieses Bergsturzes hier. Und wir können jetzt weitergehen. Und ich glaube nicht, dass Jona da die Leiter raufgekommen ist und alles das Zeug hier. Ne, 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 ne. Die ist doch sicher dort reingegangen. Alter, schau dir das an. Das sieht ja geil aus. Das geht wohl tiefer hinunter. Aber da unten ist Wasser. Da unten ist doch Wasser. Das war ein Staudamm. Nehme ich mal an. Und da drinnen ist sicher der Reaktor. Und die Turbine. Wo sind denn da die... Die, die, die... Strommasten. Und hinein ins Tor. Alter, sieht das episch aus. Das sieht echt gut aus. Und die Musik ist so passend. So, wo gehen wir zuerst in Rockisten? Immer gut, Kisten zu finden. Uh, noch mehr medizinischen Kräuter. Äh, ich weiß gar nicht, muss ich jetzt hoch? Ich werde einfach mal hier unten nochmal ein bisschen nachschauen. Ist da ein Aufzug? Wohl nicht mehr im Betrieb. Sollten wir mal den Mechaniker anrufen. Äh, wir haben ein Problem. Wir müssen den Aufzug betätigen. Aber der geht nicht näher. Was ist hier? Bin ich von hier jetzt... Von hier bin ich gekommen, ne? Ja, dann gehen wir mal hoch. Äh, geh hoch. Oh, ist das eine neue Waffe? Oh ne, Karte. Ah, ja, ist auch nicht schlecht. Obwohl die nicht so viel bringt. Okay, die Karte haben wir. Okay, okay, okay. Ähm. Ich werde einfach... Nee, nee. Oh, oder du? Ja. Ich werde einfach mal alle Kisten hier noch zerstören. Das ist ein bisschen schade im Spiel. Ähm. Die Räume sehen meist immer gleich aus und sind einfach ein bisschen leer. Ja, aber... Ja. Hier komm ich, Jona. Jawohl. Was ist das? Ein Bronzeschlüssel. Oh, das ist eine Leiter. Komm ich da durch? Ah, nee, da hört es zu, ne? Oh, Kiste. Alter, medizinische Breiter. Jetzt habe ich genug, nehme ich mal an, für diese Reise ein Bronzeschlüssel verwendet. Ah, okay. Oh, es war der... Oh, Gott. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Schatten. Ja, sie werden niemals hier raus schaffen. Auf jeden Fall nicht alleine. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aua. Alter, die halten was aus. Ah, er greift an. Die hat ja echt was aus. Oder bin ich so schlecht? Nee, glaube ich nicht. Oh, wie der Kamera wechselt. Oh, Gott. Schau mal, wie viele... Oh, 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 oh. Hammer, dein Schwerkurz. Ui, 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 ui. Aua, der hat mich getroffen. Zum Glück habe ich so viele... Ja. Zum Glück habe ich so viele medizinische Kräuter bekommen. Die werde ich wohl gebrauchen können. Komm her. Oh, Gott. Die Kleinen gehen ja noch, aber die Großen? Boah. Die greifen auch irgendwie nicht an. Warum greifen die mich nicht an? Ist noch was? Will noch jemand prügel? Nein, sie haben genug. Oh, Gott. Die Großen, die sind... Ja, schon voll, ne? Dann werde ich einfach mal eins benutzen. So. Hm. Wie geht's weiter? Noch weiter hoch? Was hier? Geh rein. Oh, Gott. Da kommen sie wieder. Alter. Schau mal, wie viele... Oh, boah. Okay. Der hat mich getroffen. Tod. Jawoll. Ich glaube, ich hätte mir eine bessere Waffe kaufen sollen. Und? Oh, schon wieder medizinische Kräuter. Hä? Oder kommt man irgendwie besser ins Menü? Irgendwie so... Oh, was ist das denn? Äh, nee. Man kommt nicht... Was ist die Karte? Ach, nö. Das Menü zu öffnen ist echt doof. Keine Kurzwahl wie bei Dark Souls. Das ist ein bisschen schade. Das geht immer so lange. Da musst du Start drücken. Dann auf Items suchen. Dann auf Items suchen. Äh, aber... Ja. Man kann nichts machen. Bin ja selber kein Game Designer. Oh, Gott. Zu viele medizinische Kräuter. Schon wieder? Alter. Wie viele medizinische Kräuter bekomme ich denn hier? Oh, oh. Ich bin irgendwie in der Klemme. Gut. Oh, er greift an. Ausgewichten. Haha. So. Weiter geht's. Nächster Raum. Oh. Ach so. Ja, nee. Ist aber doof. Geht's da noch hoch? Ja, da geh ich nochmal zurück. Ich... Ich hatte noch dort die Kisten gesehen. Die... bei der Treppe sind. Die werde ich noch kaputt haben. Weil es gibt manchmal Stellen. Dort sind Waffen in den Kisten drin. Genau diese zwei hier. Und... Hat sich voll gelohnt. Ach, nö. Die hätten wenigstens ein Alzheimer reinstecken sollen. Äh. Ja, ich bin ja schnell wieder am Ort. Lurch. Aufmachen. Aufmachen. Drogenbehandlung. So. Leiter rauf. Ich bin mir... Ach so, geht's schneller. Okay. Einfach nur arg gedrückt halten. Und... Was ist hier? Einhänder. Nirwana-Dolch. Jawohl. Haben wir denn... Eine andere Waffe. Ist sie besser? Gewicht. Mittel. Äh, ein bisschen. Ich werde sie einfach mal ausrüsten. Da unten ist noch eine Kiste. Da unten ist eine Kiste. Warum habe ich die Kiste nicht gesehen? Ah, ist mir jetzt egal. Ne, da gehe ich nicht wieder runter. Ich habe jetzt eine Waffe bekommen. Dort drinnen ist sicher keine Waffe. Ja, ich mache sechs... Sechs mehr Schaden. Ist geil, ne? Ja, das spürt man fast. Mann, Mann, Mann. Warum greifen die kleinen Biesten nicht an? Da mich... Oh Gott. Da schlägt einer zu. Weg, 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 weg. Oh Gott. Das geht ja ewig. Dickes Wetterbuch. Es ist auf Englisch. Da kann man ja Englisch lernen im Spiel. Wetterbuch rausnehmen. Oh, was ist das denn? Okay, sieht alles tot aus. So, da haben wir noch Kisten. Ach, Mensch. Immer Kopfbeterhauen. Kann man da nicht ausweichen? Und? Medizinischen Kräuter. Ach, Mann. Was los? Viel zu viele medizinische Kräuter. Oh, da kommen sie wieder. Oh, 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 oh. Aua, scheiße. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. What? Ein Doppelangriff? Du bist gemein. Oh. Ach so, dickes Wetterbuch. Das sind seltene Items. Oh, medizinische Kräuter. Können wir ja wieder eins brauchen. So. Wo ist wohl Jona? Da kommen keine Biester. Okay. Aber hier. Schon wieder medizinisch. Aha. Ich hasse es. Es ist zu eng. Komm schon. Jawohl. Oh. Stufenaufstieg. Stufe 4. Jetzt sind wir ein bisschen besser. Aber es wird immer noch fast gleich lang. Ja, so wie es aussieht, verschwinden die Items nach einer Weile. Ich habe gerade gesehen, dass die medizinischen Kräuter wieder weg waren. Komm da. Oh, da kommen wieder. Da kommen wieder. Da kommen wieder. Nur die Kleinen. Wirklich. Schau dir da an. Die Kleinen greifen nicht an. Was soll das? Der ist so bescheuert. Oh. Jetzt kommen die Hartnuss. Das sind sicher die Eltern. Oh Gott. Da ist Papa, Mama und der Onkel. Aua. Ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen... Oh. Hahaha. Hat zwar ein bisschen Leben gekostet, aber... Nee, geht schon. Ist da hinten was? Nee. Äh. Dann geht es hier überall durch. Okay, geht es nicht weiter, aber die hat es Kissen. Medizinischen Kräuter. Alter, komm. So. Ich weiß nicht genau, ob man ein bisschen schneller unterwegs ist, wenn man ausweicht. Sieht so... Äh. Sieht aus, das könnte man von hier aus nach draußen gelangen. Okay, ich werde mal hier nachschauen zuerst. Gar nichts. Was hier? Gar nichts. Sag mir jetzt nicht, ich war schon da drin. Und hier? Gar nichts. Oh. Hier hat sicher was. Also Monster hat sicher keine. Ach Gott. Das ist ja bescheuert. Auf jeden Fall macht er die Tür echt geil auf. Mach auf. Uah. Es war ein bisschen Agro. Ja. Wir sind jetzt mal aus dem Schrein rausgegangen und ja, laufen mal hier nach oben. Ist ja der auch der einzige Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier runterfallen kann. Aber ich werde es auf jeden Fall mal nicht ausprobieren. Ach nee. Die Stelle hier. Oh. Teert in meinem Labyrinth. Willkommen. Ach Gott. Oh, Briefkasten. Äh, 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 äh. Ein Briefkasten. Speichern. Uhu. So, ähm. Boah. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Suche meine Tochter. Die haben meine Tochter gesehen. Oh, Regengift. Gras. Komm schon. Gut, da ist ne. Ein komischer Kristall. So eine komische Kristallbox. Kann man verkaufen. Mal schnell schauen. Heißt nix, ne? Ne. Die Hauptsache einfach ein Baum drinnen. Einfach so. Diese Leiter ist kaputt. Ich könnte womöglich da hoch, wenn ich etwas hätte, worauf ich stehen könnte. Ja, ich weiß aber schon was. Die Kiste hier. Äh. Hallo? Geht doch. Stopp. Bist du zu weit? Ne, glaube ich nicht. Ich komme vorbei. Stopp, stopp. Alter. Das sieht so geil aus. Sieht wohl schwer aus, ne? Okay, dort ist die Leiter, nehme ich mal an, ne? Jawohl. Und? Nochmal. Oh, oh, nein. Hä? 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 Was zum... Was soll das? Warum geht denn nicht die Leiter hoch? Was ist da irgendwie ein Beet drin oder so, oder was? Nein. Was soll das? So komme ich auch nicht hoch. Hä? Hä? Oh Gott, bin ich jetzt echt zu blöd? Das regnet sich gar nicht. Nein. Alter, was ist denn los? Ich bin echt zu doof. Was soll das? Oh. Achso. Ein Kombo. Ich habe gerade eine neue Attacke herausgefunden. So, hoch. Lauf. Äh, wo bin ich denn jetzt? Hä? Was soll diese Leiter hier? Was soll diese Leiter hier? Ah, da unten ist der Briefkasten. Mal schnell da oben schauen. Ne, da ist auch niemand zu Hause. Ja, da ist der Briefkasten. Super. Äh. 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 Zwei Leiter. Was ist denn hier? Was ist hier oben? Äh. 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 Wenn man hier runterspringt. Da ist man wieder am Anfang, ne? Oder? Ich, äh. Ich will es irgendwie nicht. Ich will es nicht herausfinden. So, wir sind im Speichelpunkt. So. Leute, das war es schon mal wieder. Werden wir zunächst, äh. Nächsten Part werden wir sehen, was hier. In der Tür. Auf uns. In, äh. In diesem Raum. Auf uns wartet. Äh. Ich hab so ein dummes Gefühl. Ja. Dann werden wir das im nächsten Part mal zusammen anschauen. Und zusammen werden wir das auch perfekt erledigen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.